Ja, ganz toll. Das Internet war weg. Aufnahme lief nicht. Bin ich jetzt wieder da? Ja, ich glaube ja. Gut, dann habe ich jetzt ganz viel gemacht, was ich nicht auf YouTube setzen kann. Gut. Und zwar habe ich eigentlich ganz symmetrisches McDonalds, also natürlich nicht McDonalds, versucht. Okay. Aber ich meine, okay, viel Dach, bauen und wieder abreißen, bauen und wieder abreißen, sich doch für die erste Variante entscheiden, nochmal abreißen und nochmal neu bauen und dann doch wieder das Ursprüngliche nehmen. Und jetzt versuche ich hier einen Außenbereich. Aber gut. Aber jetzt läuft das wirklich. Jetzt muss ich nochmal gucken. Es läuft. Gut. Dann auf ein neues. Welcher kann es das der? Da kommt der hin. Müsst du doch da hin. Oder? Ich hasse es, wenn es nicht symmetrisch ist. Jetzt. Dann dieser blöden Fläche. Die. Doch. Das war's. Erstmal weg. Wir haben schon halb 10 gleich. Jawohl. So, da ist einer. Jetzt ist das hier auch nicht. Damit hier ist, doch kommt das hier dran. So, ein Freihunter dran, das gefällt mir nicht. So, ein Freihunter. So, ein Freihunter. So, ein Freihunter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, jetzt weiß ich, warum die Fenster da weg sollen. Oh, okay, du bist eine Fox. Ja. Okay. Ja. Okay. 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 Das ist so schön, wie ich gerade war. Ja, tut mir leid, ist nur Test mit Abba Daya, Test mit Abba Daya. So sieht das doch nicht aus, oder? Ich mag, wie das aussieht. Ich mag das doch ganz, ja. Super nach oben, klappt. Was will ich das denn dann machen? Ja, jetzt lass mich doch mal bitte machen. Ja, das geht. Das geht. Und zwar alles jetzt bald hören, aber das ist ja schön egal. Guten Tag. Ja, nein, du sollst hier wenn dann arbeiten, du sollst nicht weglaufen. Wie hindere ich dich denn am Weglaufen? Corona-Spuckwände aufstellen. Ja. 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 Ich nehm den jetzt auch mal mit. Ah, das ist ja normale Öfen. Weiß es nicht mehr. Ihr habt ja mehrere Öfen. Kannst du mal bitte... Wieso habe ich das getan? Ja, das ist auch... 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Ah, okay, er nervt mich jetzt schon. Wir haben... Aber hier haben wir noch keine Autos, also brauchen wir noch keinen Drab in. Was machst du an Mama aus? Hm... Okay. So, aber... Wenn... Hier... Ein Ofen ist... Müsste... Müsste dann da nicht noch ein... Kabinerohren? Entschuldigung. Wegen... Qualm und so. Was kam denn hier nochmal rein? Kam hier... Kohle rein? Wie schreibt man das nochmal? Wieso hab ich das nicht auf Deutsch gestellt? Was heißt Kohle auf Englisch? Was heißt Kohle auf Englisch? Nicht Cola. Was heißt Kohle auf Englisch? Hm... Anni, nein. Cool, hab ich doch... Okay. Danke. Das wollte ich schreiben, hab's doch verkehrt geschrieben, okay. Ähm... Okay. Kann ich... Kann ich den... Kann ich den... Kann ich den... Okay. Ich sollte auf diese blöden... Aufpassen. Wir gehen jetzt da einmal und da ein. Passiert da was? Nein. Was ist denn das? Ich wollte doch nur... Ich wollte doch nur, dass der brennt. Was hatten wir denn hier? Guck mal, das ist doch besser. So. Lauf mit deinem neuen... Oh. Entschuldigung. Gut, dann klebst du halt am Ofen. Nehmen wir den Tisch weg. Das geht. Okay. Jetzt brennst du. So. Ging das nochmal so. Kann ich hier auch? Und jetzt ist schon mal alt. 64. Okay jetzt brennt's auf jeden Fall erstmal. Was passiert dann? Nix. Wir sind ein sauberer Laden, wir haben hier irgendwo Mulama stehen. Das mache ich mit dem München. Ich weiß, ihr seid stein, aber es sieht schon gut aus. Ich weiß, ihr seid. 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 Ich bin nicht überzeugt. Oh, ihr verbindet euch mit dem Glas, das ist ja auch ganz toll. Ja, ich sehe es genauso. Das ist für mich verabsichtigt. Ja. Ja. Kann ich? Ich hatte doch... Ja, geh doch mal. Bitte. Nein. Was willst du denn von mir? Ja. Hab ich nicht. Lass mich am Boden. Könnte auch. Ja. Ja. Das ist dein Sätze. Was? Lass mich doch... Ah. Kann ich dich irgendwie an die Leine und raus? Hier. Guck mal. Hier. Komm mal mit. Komm mal mit. Nein. Doch. Ja. Komm. Komm her. Komm. Du bist frei. Dann nicht. So. Hier sind vier Öfen. Oh. 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 Ach guck mal, jetzt haben wir noch mehr. Was denn hier? Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Das gehört da jetzt überhaupt nicht zu, aber... Kommt jetzt irgendwas? Okay. War mir neu. Mir neu. Braue ich nicht. Das braue ich doch nicht. Essen. Naja. Hohoho. Entschuldigung. Ich brauche irgendwas, um das da oben mal zu... Boah. Mit mir. Warte geht dabei. Was ist in der Mitte? Will es sein? Was wird gingen? Warte. Warte. Wie das ist. Ja, das... Wie wärs, wenn einfach einer hier wegkommt? Hier ist ein Waschbecken zwischen... Ne, Toiletten rein. Es gibt nur zwei Üben, die sind bei dem dritten und fünften... Rot, weiß, weiß, okay. Rot, weiß, hier ist einer. Ja. Da. Wenn ich jetzt... Wenn ich das da hin bringe. So hübscher war's nicht. Jetzt... Ähm... Nein. Gut. Ist ja egal. Ist die grobe Richtung. Geht ja auch. Jetzt aber hier so... Könnte man doch machen, oder? So... Geht doch. Ja, das ist ein Knopf. Ja, das ist ein Knopf. valuable mother. Das ist ein Knopf! Ich möchte mit euch so dr 어제. Da. Dir- So, du kommst jetzt weg, da bin ich in der ersten Aufnahme, glaube ich, dauernd dran hängen geblieben. Und hier im Außenbereich ist, da kommen die Leute rein, da gehen sie bestellen, da gehen die Mitarbeiter raus, eigentlich ja gerne mittig, aber das habe ich keinen Sinn. Geh weg, ja, du bist frei, lau. Ah, ich weiß hier nicht, ich weiß hier nichts. Ja, ich weiß hier nichts. Ja, hab ich das hier gemacht? Ja, doch. Achso. So, mir reicht's für heute. So, ich beende den Stream.